Hast du dir schon mal selber deinen Wikipedia-Artikel durchgelesen? Möchtest du mal hören, was da über deine musikalische und klangliche und so weiter Entwicklung steht? Erzähl mal. Das ist auf jeden Fall der absolute Wahnsinn. Da steht, dass ein zentrales Kennzeichen von dir der Akzent ist, der dadurch charakterisiert ist, dass du einen stimmlosen W-Laren-Frikativ benutzt. Das steht auf deiner Wikipedia-Seite über Haftbefehl. Ja, die haben recht dafür. Ja, genau so würde ich es auch ausdrücken, wenn ich Deutsch kannte. Und da steht auch noch, und ich fand es wirklich Wahnsinn, ich habe sowas noch nie gehört, dass du eine Klangfarbung hast, die einen Hörer ohne linguistisches Wissen an den Duktus der arabischen Sprache erinnert. Ja, auf jeden Fall. Wer hat es da reingestellt? Das ist eine gute Frage. Ich habe es gelesen und habe einfach nur gedacht, ja. Ich bedanke mich bei dem, der das Duktus in den Futkus gemacht hat und Schnuff, Schnuff und Couscous. Und ich bedanke mich bei dem Herrn Fragezeichen, dass er so einen Netzartikel bei Wikipedia reingestellt hat.